Moin Lade, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minekraft Mario Party. Ich würfel leider nur eine enttäuschende 2, während Menjel... ...eine legende... ...einwürfelt, hey, hinter dir. Du hast richtig gelegt, Menjel. Was ist denn da schon wieder los? So kann ich mit dir aber nicht auf die Party heute Abend gehen. Warum? Ich leck doch gar nicht in echt. Aber hey, du gehst doch gar nicht auf richtige Partys, sondern du hast immer so'n kleinen Roboter mit so'n Pilzschirm. So wie Wall-E. So, genau so bist du. Toll, ich hab so'n blöden Bogen bekommen. Und ich hab den nicht getroffen. Uh, da bin ich falsch gefahren. Hier ein Pilz. Oh, dass er dich nicht getroffen hat. Wieso? Hä? Der dich dir... weil du genau hinter mir... ...hier, okay? Genau hinter mir war's. Der Karl, der Karl, der... Komm, jetzt geh... Wieso krieg ich denn dreimal hintereinander'n blöden Bogen? Tschüss. Ey. Nein! Ich hab schon wieder eingekommen. Irgendwas hat mich hochgeschossen. Wieso schieß... Ich hatte... ich hatte'n Pilz. Ich wurde geleckt. Ja, genau. Genau. Alles klar. Alles klar. Ich wurde gerade so... Du weißt ja nicht. 100 Meter zurückgeportet. Ja, du hast aber auch... Ich war... ey, das ist ja so scheiße. Ja, ne, 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 aber um das aufzuklären. Menjel, du hast aber auch im TeamSpeed gelaggt. Ich glaube, du hattest einfach eine richtige Drecks-Connection. Mann. Ich hasse meinen Internet-Anbieter. Ja! Foto-Finish! Alter Schwede, das war krass. Klar, klar, ich bin... Du belegst den 20. Platz? Menjel. Wurde ich gerade zwei Runden zurückgepackt, oder was? Ja, kann gut sein. Also, es ist ja kein... Ich bin raus. Ich bin raus. Tschüss! Puh! Oh, ne zwei. Ich hatte ne eins. Oh, ne fünf. Und jetzt wieder ne eins. Und dann gerade das in dem Minispiel. Wow. Alter. Ach, Menjel. Ich habe aber auch nicht sonderlich gut gewürfelt. Hm? Sag mal. Ich bin weg. Komm, ich habe da wirklich keine Lust mehr drauf. Komm, der hat immer... Replika. Nee! Ja, was soll ich denn sagen? Es war nur ein Spaß. Los geht's. Oh, ich... Oh Gott, oh Gott. Meine Haare sind zur Seite weggefallen. Oh Gott, ein schlabelt Tier. Meine Haare sind zur Seite. Ach, hier unten. Yes! Dritter. 93 Prozent. Ich war so lahm. Ich sehe keinen Zimmer darin. Nein, Menjel. Ich bin auf K. Nein, verlass mich nicht. Du bist auch schon so ein Keks. Was denn? Uh, Dritter. Ich sehe dich gar nicht. Ich bin gar nicht so schlecht im Rennen. Aber wenn jetzt was... Okay. Oh Gott. Oh Gott, nein! Ich bin auf Dritter. Nein! Oh, ich bin auf Dritter. Zweiter gewesen. Dann, dann... Ach, welch erster? Tja. Du mieser Harald. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ne 3. Immerhin. Mann. Och, Mann. Und ne 2. Ne 2 als Zweiter. Ich würfel aber auch nur 2, Menjel. Heute ist... Aber das Wichtigste ist... Weißt du, was das Wichtigste ist? Peach Fick. Wieso schreibt ihr das in den Chat, Mann? Weil der Zwurblock drankommt. Wieso schreibt der... Es ist zu mir leid für meine ekelhafte Wortwahl. Aber ich habe nur vorgelesen, was im Chat stand, meine Damen und Herren. Genau, du hast es mit einem Zweidekont geschrieben. Ja, oh. Boah. Boah. Nur eine halbe Stunde Zeit. Ja, ne, aber ich war... Ich war abgelenkt. Ach, genau. Ich bin nämlich farbenblind. Jetzt kommt die Ausrede. Ne, ich bin wirklich farbenblind. Ich habe so einen Roboter. Was hast du denn mit deinen Roboter? Ich weiß nicht. Ich habe zu viel Wall-E gesehen. Oh, ich habe eine Plattform. Ja. Oh, ich sehe dich. Du bist wie ein König. Boah. Auf einer Insel. Auf einer Insel. Könige immer auf einer Insel? In einem Land. Boah, nicht allzu langer Zeit. Was? Okay. Hast du das gesehen? Nee. Die Plattform ist neben mir erschienen. Nein. Und ich bin nicht draufgekommen. Was war das? Zweiter. Was? Geil. Ich bin vierter. Ich drücke jetzt einfach nur noch drauf. Komm. Verschönen wir mal, Satze eins kann doch eh nicht kommen. Komm, nur noch drauf drücken. Die ganze Zeit. Komm, komm. Eine sechs. Alles klar. Und eine fünf. Weißt du, die Leute haben ja auch tausendmal geschrieben. Drück nicht zu schnell. Das sehe ich. Ja, aber das ist ja komplett random. Ja. Oh, Bowser fällt. Vier Felder zurück. Was ist denn das für eine Folge? Wo bist du? Ich weiß. Ich bin Platz vier. Du bist bei Feld 18. Du bist immer noch fünf Felder vor mir. Oh Mann. Wie krass. Komm nach rechts, Pidesel. Ich zieh dich durch. Okay. Aber, weißt du was geil ist? Wir können dann hier mal einen Rekord aufstellen. Im Hinten sein. Weißt du? Weißt du? Ja. Ja. Im Hinten sein. Das gefällt dir. Was? Ich glaube, ich werde erster. Ja. Was jetzt? Ich bin zweiter. Ja, bisse. Fein. Fein. Oh, guck mal, wie die mein Minispiel zerstört haben. Man kann jetzt nicht mehr sterben, weil man im Ziel war. Oh. Mann. Ach Mensch, sei nicht traurig. Freu dich über den ersten Platz. Der mir nichts bringt, meinst du? Nee, doch. Du wirst jetzt gut würfeln. Ich glaube an dich, mein Junge. Sag mal, hat der Junge was geraucht? Ich weiß nicht, was mit dem einen Typen da unten. Junge. Was bist du für ein Droddel, Alter? Ach Gott, Alter. Was sind denn da für Leute? Du bist erster? Echt? Ja. Oh, läuft bei mir. Alter, was? Ja, ich habe ganz gut gewürfelt gerade. Oh, okay. Aber du doch auch. Total. Mal überhaupt nicht. Wo ist denn hier einer? Scheiße, nein, bitte nicht, Geschnurze. Nein. Hallo? Gott. Boah, nein! Yo, ich hatte, ich, ich, ich lief da rum wie so ein Goggle. Können hier mal Gegner sein? Alles klar, wie scheiße. Oh, nein! Brawl. Nein, 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 nein. Nein, und ich habe daneben geschossen. Jetzt kann der eine mal runterkommen. Jawohl. Ich habe einen gekillt, Pisch-Schnitzel. Ich bin so stolz auf dich, Maniel. Es hat ge... Na, oh Gott, wie kann ich denn bei dem immer daneben schießen? Bei wem? Ja, hier ist... Beim Haar. Alles klar. Alles gab die scheiße. Was ist denn los? Sandwich. Oh Mann. Das hatte eine gerade sexy gemacht. Unfassbar schlecht war ich gerade. Oh Gott. Da ist ein riesen Knödel. Einfach noch rein. Da habe ich gerade versucht, was zu reißen. Bin aber... Oh, ich habe richtig gezittert. ...ultra dran gescheitert. Ist denn da? Oh Gott, ich bin Platz 4. Nicht schon wieder Platz 4. Bitte nur nicht... Komm, den kriege ich. Den kriege ich. Nein! Wie konnte ich denn da daneben ballern? Oh mein Gott, ich habe gerade so viele Kills gemacht. Oh Mist, ey. Nein, 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 nein. Ich bin immer noch Platz 4. Einen Kill. Einen. Ach Mann, Alter. Das ist so deprimierend. Ja. Eine Eins. Eine Zwei. Mir fehlen... ...und eine Fünf. ...32 Felder. Pausafeld. Oh nein. Wieder vier Felder zurück. Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn? Hey, du bist trotzdem noch erster. Ja, obwohl ich insgesamt schon acht Felder zurückgesetzt wurde. Ach. Was bist du denn für ein Hacker? Also, sorry. Wie hast du das denn gemacht? Ihr weiß nicht, ich wurde betrogen, Alter. Ich will es nicht. Na doch. Du bist dafür bekannt, mich zu betrügen. Bestimmt. Oh nein. Die sollen nur nicht meine Sachen zerstören, die ich ihnen mache. Bin ich echt gemein. Oh, da oben. Hier ist ein Item. Ach so, eine Shotgun. Nein. Hä? Ich habe doch gerade was tun. Boah. Nein. Hier hat einer meine gesamten Sachen geklaut. Oh, ich bin der Öste. Warum? Hier ist eine... Komm. Gib mir das hier. Zack. Eine Farbspur mache ich. Das ist toll. Es bringt ihm viel? Ich habe keine Ahnung. So, ich markiere jetzt hier schön mein Revier. Das ist alles... Nein, hier kommt jemand... Das ist ja ewig. Du bist Erster mit riesigem Abstand. Ja, noch. Aber hier wirft jemand die ganze Zeit seinen Kram auf meinen. Das finde ich gar nicht in Ordnung. Tim, der ist eigentlich klug. Dann gezielt zu dem Zweiten zu gehen oder so? Jawoll. Boah, da hast du aber locker gewonnen. Puh. Du Farbmaschine. Ich bin eine Farbmaschine. Geboren, um zu painten. Geboren, um zu farben. Genau. Das ist meine... Eine Sechs. Bestimmung. Wieder eine Zwei. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und eine Fünf. Das ist exakt das Gleiche, was ich eben geschrieben habe. Gewürfelt habe. Meinst du? Was habe ich denn gesagt? Geschrieben habe, dass du das geschrieben hast. Hast du geraubt? Ich bin... Dieser Typ, der nervt mich an der Chat. Ohne Mist, was ist das für einer? Der ist einfach nur... Sorry, aber der hat einfach nur dumm im Kopf. Ganz ehrlich, was ist das? Wer schreibt, oh ja, ich mache mir einen Spaß darauf, irgendwelche obszöne Dinge in den Chat zu schreiben. Junge, ganz ehrlich. Willst du mich verarschen? Okay, Leute. Hier gab es wahrscheinlich einen kleinen Cut. Denn ihr habt nichts gesehen, Leute. Ihr habt nichts gesehen. Reihenfolge ist nicht spannend. Ist es aber auch tatsächlich nicht. Ja. Reihenfolge ist auch... Zum Aufnehmen, ey. Was die neuen Games angeht... Oh, yes. Endlich mal was Gutes. Eine 6, Mann. Endlich mal eine 1. Eine Endlich mal eine 6. Kann ja nicht wahr sein. Ich bin noch 21 Felder vom Ziel entfernt. Ja, aber ich bin da auch nicht viel weiter. Natürlich. Nee, 43. Also mir fehlen noch 10. Ich bin Platz 8. Du bist 12 Felder vor mir. 12 Felder. Aber hier kann ich gewinnen. Und man müsste eigentlich noch bedenken, dass ich 8 Felder zurückgesetzt wurde. Nee, mache ich aber nicht. Okay. Das war ja kalkuliert von mir. So einer bist du also. Ja. Mir ist auch aufgefallen, dass du bei diesem Wettrennen wesentlich besser geworden bist. Ja. Das nervt mich ein bisschen, Menjul. Weil das war eigentlich immer mein Territorium. Ja, wenn du mir halt so ein Fakt erst nach 50 Folgen erzählst, dass man... Was war denn das nochmal? Was habe ich immer gedacht, was man machen müsste und was man gar nicht machen muss? War das denn? Also... Oh Gott, ich bin... Dass man nicht springt oder... Ich fall hier... Ah, dass man auf dem Weg bleiben. Ich bin runtergefallen. Ja, ich auch. Genau, ich dachte doch immer, dass ich echt auf dem Weg bleiben müsste. Und das war bei manchen Maps so doof. Nee, aber doch bei der nicht. Nee, nee, hier nicht. Ich bin Dritter. Ich bin Erster. Ja. Aber das bedeutet, ich kann nicht gewinnen. Das heißt... Was nicht? Nee, ich kann maximal neun Felder nach vorne kommen. So. Nee, Bowser fällt. Ja, aber der bringt mir nichts. Ich glaube nicht, dass es davor eins gibt. So eine Bowser-Zurück-Maschine wäre cool, dass du deine Felder zurückbekommst, die du verloren hast. Das wäre wirklich klasse. Dann... Ach, Mann, ey. Zwei und vier habe ich bekommen. Ich habe eine Zwei und eine Eins. Nee. Irgendwie so. Weißt du, das Ganze ist auch schon spät, Leute. 21 Uhr zwei ist das gerade hier. So spät? Ja. Du bist zehn Felder vor mir. Ja, nur noch. Wahrscheinlich überholst du mich noch. Genau. Nicht unrealistisch. Doch. Nö. Außer ich töd dich jetzt direkt. Wo bist du denn? Oh, hinter mir wurde sich gekloppt. Oh Gott. Jetzt rennt der ein Ernstest weg, oder was? Okay, sehr schön. Ich habe eine Schufel. Oh, krass. Oh, da kriegst du eine Schufel. Die Erschwert. All the guy, you. Ist er immerhin ein bisschen stolz auf mich? Ja, sehr. Lol. Ein Schuss und ich habe meinen Bogen weg. Nice. Nice. Du, ich hätte auf dich gehen sollen. Das nächste Mal. Aber es wird kein nächstes Mal geben. Es wird kein nächstes Mal geben. All right, all right. Und jetzt. Eine 2, eine 2. Zack. Eine schöne 1. Geil. Ich hasse. Und eine 3. Und eine 6. Jawohl. Halleluja. Mann, ey. Da haben wir es gemogt. Da haben wir es gemogt, Leute. Ich bin Platz 4. Ich bin Platz 4. Ey, das ist echt so krass, ey. Leute. Das war es mit dieser korrupten Folge von Minecraft Mario Party. Es gab Ups and Downs und so. Wisst ihr, schaut beim Manual vorbei. Oben in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Hier sind Videos. Zieht sie euch rein. Und das war eine krasse Handbewegung.